Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei den Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und wie immer freue ich mich, dass ihr in eine Replay-Folge hineingeschaltet habt. Und zwar eine ganz besondere Folge, der Höhepunkt jeder Replay-Serie eigentlich, und zwar das Abschlussgespräch. Und zwar das Abschlussgespräch zum Spiel Silent Service. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern ich habe an meiner Seite Selma. Hallo Selma. Hallo. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Weil heute ja laut unserem Dokument der 29.02. ist. Stimmt. Stimmt. Das ist ja alle vier Jahre, aber dieses Jahr glaube ich nicht. Gut, dann korrigiere ich on the fly, liebe Zuschauer. Das Datum, es ist jetzt der 28.02.2021. Ein wunderschöner Sonntag, an einem wunderschönen sonnigen Tag, in einem wunderschönen Leech. Ne, das ist jemand anderes. Ja. Ganz gallien. Ganz gallien, bis auf ein kleines Dörfchen. Genau. Also, wir reden über Silent Service. Und ich schlage vor, dass ich mal wieder mit den Hard Facts anfange, oder? Bitte. Silent Service, erschienen 1985. Entwickler, Microprose. Publisher, glaube ich Selma, auch Microprose. Ja. Es ist ein Spiel von Sittmeier. Und ich kann glaube ich schon sagen, dass dieses Spiel auf so ziemlich jedes System erschienen ist, was nicht auf drei auf den Bäumen war. Oder Selma? Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, jedes 8-Bit-System plus ein paar 16 Amiga, DOS und so. Aber ja, du hast recht. Also, alles. Alles unter der Sonne. Alles. Also, das Einzige, was hier fehlt, ist eigentlich eine iPhone-Portierung noch. Ja. Meinst du, auf einem iPhone wird das funktionieren? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Es sind so zwei, es gibt so zwei Spiele, die ich gerne auf dem iPhone hätte, wenn ich ehrlich bin. Das eine ist Silent Service, ein U-Boot-Spiel. Und das andere wäre mal ein vernünftiges Hanse-Spiel oder Patricia-Spiel. Das fände ich cool, aber gibt es nicht. Vielleicht hat ja mal ein Entwickler Erbarmen mit mir. Ich zahle dafür auch viel Geld und vielleicht kommt es ja. Aber wir reden heute, wie gesagt, über Silent Service. Und die Systeme, die ich mal hier aufführe, erstmal die, die wir ausprobiert haben. Das war natürlich der 64er. Das war die Amiga-Version, auf die ich später umgestiegen bin. Dazwischen bist du ja einmal auf der DOS-Version unterwegs gewesen. Und ich habe zum Schluss auch einmal die NES-Version ausprobiert. Und das waren die Systeme, die wir wirklich selber nutzen konnten. Es gibt darüber hinaus das Spiel auch für den Schneider-C PC, für den Apple II, 2GS, für die Atari 8-Bit-Maschinen, heißt Atari 400, 800 zum Beispiel, den Atari ST. Dann stand bei Moby Games Linux. Ja, ich denke, das ist die, hier steht Linux, Macintosh und Windows. Ich glaube, das ist die Steam-Version. Ah, okay. Die vor ein paar Jahren wieder rausgekommen ist, ich glaube 2014. Die habe ich mir da auch tatsächlich gekauft, aber nicht gespielt. Dann die PC 98, den PC Booter, den Thompson MO, also ein französisches Gerät, wenn ich mich recht entsinne. Und Thompson TO. Wo waren da Unterschied zwischen MO und TO? Alexander, keine Ahnung. Ach, Gott sei Dank. Ich habe nur so eine schwarz-braune Box vor Augen, wenn ich Thompson höre. Da bin ich raus. Okay, okay. Windows und der ZX-Spektrum. Das waren die Systeme und das Genre. Es ist eine U-Boot-Simulation und damit ein Simulationsspiel. Und vielleicht nochmal, um das einzuordnen, von der Popularität der Micro-Pros-Spiele her. In dem Jahr erschienen von Micro-Pros sind auch noch Kennedy Approach, Crusade in Europe, Acrojet und Decision in the Desert, sowie die verbesserte Version von Solo Flight. Und von all den Spielen, die ich jetzt genannt habe, ist Silent Service definitiv das Populärste, beziehungsweise das, was ich in meiner Kindheit aus dieser Latte auch wirklich gespielt habe. Bei mir ähnlich, also auch der populärste Titel. Aber mit Solo Flight und Kennedy Approach sind dann noch zwei weitere Spiele 1985 erschienen, die ich geliebt habe. Und bei Solo Flight handelt es sich sogar um mein erstes gekauftes C64-Spiel. Während ich bei Silent Service nur eine Sicherungskopie hatte. Ja, ich auch. Okay. Es ist die erste Nicht-Flug-Simulation von Micro-Pros. Wenn wir von Simulationen reden, ich habe noch ein Actionspiel, aber von Simulationen her das allererste, was nicht in der Luft, sondern im Wasser spielt. Und wie gesagt, entwickelt von Sid Meier. Das müsste ungefähr das zehnte oder zwölfte Spiel gewesen sein von Micro-Pros seit deren Gründung. Und der Schwerpunkt des Spieles ist das Schleichen und das Unerkannt-Verschwinden und nicht Geschwindigkeit und Feuerkraft, wie es bei den Flugsimulationen der Fall war. Und das führte dazu, dass Bill Steely nicht begeistert war von dem Spiel. Das glaube ich. Er fand U-Boot-Jagd immer sehr langweilig. Ich habe in der Biografie von Sid Meier gelesen, dass es ein Akronym von ihm gab. Und zwar Anti-Submarine-Warfare. Das Akronym hierfür war nach seiner Ansicht Awful Slow Warfare. Okay. Aber wir wissen ja, dass die Luftwaffe und die Marine sich ja schon seit jeher immer ein bisschen bekabbelt hat. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht anders als in den USA. Und da ja Bill Steely Luftwaffen-Offizier war, ist klar, wofür sein Herz geschlagen hat. Und das führte dann auch dazu, dass er wirklich Sid Meier darum gebeten hat, eine Deckskanone einzubauen, was er eigentlich nicht wollte. Weil sein Kernspielprinzip war wirklich das Heranschleichen, das Berechnen des Kurses des Schiffes, das Abstecken des Kurses und den Torpedo dann abzuschießen. Und das ist natürlich nicht das, was bei einer Flugsimulation gang und gäbe ist. Er hat es aber dann gemacht und am Ende hat ihn das tatsächlich auch etwas gerettet. Denn es gab wohl eine Veranstaltung, bei dem ein ganz großer Vertragspartner, ich weiß nicht, ob das Best Buy war oder eine andere Kette, auf jeden Fall einer von den ganz Großen, die waren zu Besuch und sollten dann das Spiel vorgestellt bekommen, um dann die Bestellung zu machen für ihre Geschäfte. Und Bill Steely hat es dann gespielt und wie ein Pilot so ein U-Boot-Spiel halt spielt, drauf auf den Feind oder wie man sagt, ja. Und das führte aber dazu, dass er... Wann drauf, drüber? Waren das nicht Stoppel-Obser? Kann auch sein. Auf jeden Fall hat er es so gespielt, dass er fast im Arsch war. Und am Ende ist er gezwungen worden, aufzutauchen und hat dann mit der Dex-Kanone im letzten Moment das letzte Schiff versenkt, bevor er versenkt werden konnte. Und das war wirklich haarig, weil diese Einkäufer, das sind keine Computerspezialisten und die wollen natürlich ein Produkt haben, wo der Nutzer wirklich eine Chance hat, eine reelle Chance oder eine sehr gute Chance zu gewinnen. Und ein Spiel, was nicht so ist, das war damals nicht verkäuflich. Das ist heute anders. Da kennen wir ja die ganzen Soul-Alike-Spiele, wo es ja gerade darum geht, zu scheitern. Das war aber in den 80ern nicht der Fall. Da ging es nicht um Scheitern. Und in dem Moment, wo er dann das Schiff versenkt hatte, wurde wohl gejubelt und geklatscht in diesem Raum. Und die Firma hat dann dieses Spiel oder hat dann Bestellungen abgegeben für dieses Spiel in größerer Stückzahl. Das heißt, die Dex-Kanone hat sie gerettet. Und deshalb gab es dann auch immer einen Running Gag. Wenn es ein Spiel gab, wo die Entwickler so ein bisschen das Gefühl hatten, ah, ist so langweilig, da muss irgendwas mit Spannung rein, hat jemand nur das Stichwort Dex-Kanone nennen müssen. Und dann haben alle gelacht und gewusst, okay, wir brauchen eine Dex-Kanone. Egal, was für ein Spiel das ist. Dex-Kanone. Ja, interessant finde ich unter diesem Aspekt. Ich habe da auch schon ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich vermute mal, dass in der Entwicklung es dann so gewesen ist, dass das U-Boot gar nicht auftauchen konnte vom Spieler. Das hat natürlich noch andere Folgen. Nämlich die feindlichen Schiffe mussten nicht zurückschießen können. Also die Zerstörer mussten keine Bordgeschütze haben. Man musste nicht auf Wasser stehen, also aus dem Fernglas gucken können. Das Ganze musste also gar nicht simuliert werden. Und dadurch, dass Bill die Dex-Kanone haben wurde, ist da, glaube ich, noch mal einiges an Entwicklungsaufwand auch reingeflossen, weil halt diese ganzen Teile noch nachgebaut haben mussten. Ich meine, wenn man auftauchen muss, dann müssen auch die Zerstörer zurückschießen können und so weiter. Also dazu hat er nichts geschrieben. Ja, aber ich vermute mal, weil wie würdest du dem Spieler sonst erklären, dass es keine Dex-Kanone ist? Du lässt ihn einfach nicht auftauchen. Dann bist du trotzdem noch realistisch immer in Simulationen, aber du sagst, aus Spielprinzipgründen, man ist damals halt nicht aufgetaucht, so nach dem Motto. Und es war ja auch nicht oft so, dass mit der Dex-Kanone jetzt großartig Schiffe versenkt wurden. Nee, das nicht. Das nicht. Aber umgekehrt... Also zumindest nicht so oft wie bei dir. Also das ist wahr. Also was schon häufiger passiert ist, dass ein Fangschuss abgegeben wurde. Also dass, wenn ein Schiff schon angegriffen wurde und auch schon ein Torpedo hatte, aber noch nicht sank, dass man, nachdem die Besatzung dann von Bord gegangen ist, dann tatsächlich noch mit der Dex-Kanone das Schiff dann versenkt hat, weil es auch viel billiger war als mit einem Torpedo. So ein Torpedo kostete, glaube ich, zwischen 30.000 und 40.000 Dollar pro Stück. Damals in den 40er Jahren. Also das ist dann eine Millionensumme, hochgerechnet wahrscheinlich heutzutage. Heute auch noch so. Heute auch so. Und dann ist natürlich so eine Hülse mit welchem Schwarzpulver auch von der Dex-Kanone, glaube ich, wesentlich günstiger. Ja, 50 Cent. Keine Ahnung, was man dafür heute veranschlagt. Das Interessante ist ja, dass tatsächlich die Phasen, in denen ein U-Boot damals im getauchten Zustand war, ja relativ kurz war, weil sie ja auch nur eine sehr, sehr geringe Reichweite hatten von zwei, drei Stunden mit ihren Elektrobatterien, mit zwei, drei Knoten. Und dann mussten sie wieder auftauchen. Das ist heute natürlich anders. Also heute taucht so ein Brennstoffzellen-U-Boot kurz hinterm Hafen ab und kommt dann zwei Wochen später wieder hoch. Und dazwischen sieht man... Monate. Monate. Die sind Monate unter... Die Atom-U-Boote. Aber ich glaube, die Brennstoffzellen-U-Boote, die sind ein bisschen... Achso, die Diesel-U-Boote. Genau, die sind, glaube ich, noch ein bisschen öfters oben. Ja, aber ich meine, das war ja auch... Ich meine, im Zweiten Weltkrieg fing das ja auch mit den Schnorcheln schon an. Also, dass man gar nicht mehr ganz auftauchen musste, sondern... Aber das hatten die Japaner, glaube ich, nicht. Also, das kam erst relativ spät im Krieg. 44 haben die Deutschen es erfunden. Und ich bilde mir einmal gelesen zu haben, dass es ein U-Boot gab, wo die ganzen Pläne von der V2 und den ganzen Wunderwaffen verpackt waren. Und das sollte... Es war kurz vorm Ende des Krieges. Und das U-Boot sollte nach Japan, um den Japanern die Möglichkeit zu geben, aufzurüsten. Darunter waren dann auch Baupläne vom Schnorchel. Aber ich glaube, das U-Boot ist nie angekommen. Ach, Moment. Ist das nicht das U-Boot, was man... Wie heißt denn die Serie von Naughty Dog? Der erste Teil. Die Lara Croft-Serie von Naughty Dog. Das hast du auch gespielt. Nathan Drake. Ah. Wie heißt das denn? Uncharted. Uncharted. Findet man da nicht das U-Boot irgendwie? Oh, wei. Da findet man doch im Dschungel so ein deutsches U-Boot am Anfang. Okay. Und ich glaube, das wird auch damit erklärt, dass du genau diese Pläne suchst. Meine ich zumindest. Okay, okay. Ich habe den Teil nie gespielt. Ich bin erst bei der Playstation 4 ein Consolero, oder wie diese komischen Typen heißen, geworden. Und habe davor keine Uncharted-Spiele gespielt. Muss ich nachholen, ha? Dann kennst du die noch gar nicht, die 1, 2. Nee, muss ich mal spielen. Ah, ich habe die PS4-Version, die Remastered-Version, die kann ich dir mal ausleihen. Gerne, aber ich glaube, bei irgendeiner PS Plus gab es die auch mal dazu. Aber ich gucke mal, ich gucke mal. Aber danke fürs Angebot. So, jetzt schweifen wir aber total ab. Was? Wir? Nie. Nie, nie, nie. So, aber was ist denn noch Besonderes bei dem Spiel? Es war das Spiel von Microprose zu der Zeit mit der längsten Anleitung. Okay, interessant. Das lag zunächst einmal daran, dass es eine Vorlage für das Spiel gab. Und zwar ein Tatsachenbericht oder ein Tatsachenbuch. Clear the Bridge von Richard O'Kane. Und er war damals im Zweiten Weltkrieg Kommandant der USS Tank. Und dieses U-Boot, die USS Tank, kommt auch in diesem Spiel, wie auch andere U-Boote, die es wirklich tatsächlich gegeben hat, auch vor. Das ist der eine Grund, da sind relativ viele Anleihen aus dem Buch und Hintergrundinformationen enthalten, damit der Spieler sich dann auch wirklich in die Lage hineinversetzen kann. Und es hatte auch Kopierschutzgründe, denn anders als bei anderen Spielen, wo der Kopierschutz zu der Zeit war, tippt bitte das Wort auf Seite 43, Zeile 4, 50 Wort ein, musste man hier die Silhouetten von Schiffen und zwar von Zerstörern erkennen und entsprechend eingeben. Und das macht es natürlich schwieriger, es zu raubkopieren, weil da reicht es nicht aus, eine Textpassage zu haben, sondern du musstest hier mit Bildern arbeiten. Das heißt, erst als dann die Fotokopierer gängig waren, war auch dieser Kopierschutz hinfällig. Wobei ich sagen muss, dass der mir immer der liebste Kopierschutz war. Also klar, bei Simulationen kannte man irgendwann mal, bei Flugsimulationen hat man eine 15 Kopierschutz, da konnte man den von Harrier und so auch. Das war jetzt nicht die Herausforderung. Aber ich fand es immer toll, dass man sich dann, man wurde ja gezwungen, wenn man es nicht kannte, in dem Handbuch hinten nachzublättern und sich halt die ganzen Fahrzeuge anzugucken. Und damit hat man sich auch zwangsläufig mit denen auseinandergesetzt. Das war dann trotzdem immer noch so ein immersiver Part. Also mir hat das immer gut gefallen. Ja, finde ich auch ganz gut. Und Sid Meier ist ja auch dem System erstmal treu geblieben. Denn auch bei Railroad Tycoon musstest du doch am Anfang eine Lok identifizieren. Und das ist gar nicht so einfach, denn bei einer F-15 hätte wahrscheinlich meine Oma dieses Flugzeug identifizieren können. Aber bei einer Lok, da kam es schon auf die Unterschiede an. So, die letzte Information zu dem Spiel, was auch in der Biografie relativ viel Platz einnimmt von Sid Meier, also ein paar Seiten, ist, dass das Spiel 1987 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wegen Kriegsverherrlichung indiziert worden ist. Aber es ist schon 1988 wieder von der Liste genommen worden. Also die haben da ein Veto eingelegt. Und das ist einer der seltenen Fälle, wo tatsächlich dann auch das Spiel wieder runtergenommen worden ist. Und nicht wie bei den anderen Spielen, man 25 Jahre warten musste, bis es dann vom Index fliegt. Weißt du denn, lieber Selma, welches das erste in Deutschland indizierte Spiel war? Raid Over Moskau? Fast. Beachhead. Beachhead. Ah, okay. Ein weiteres Replay bei den Pretty Old Pixel. Selma, dein erstes und einziges U-Boot-Spiel damals? Oder gab es da auch andere ähnliche Spiele, die dich interessiert haben und die du kennst? Also, wenn ich das in meiner dunklen Vergangenheit so rekonstruieren mag, dann war das das erste, was ich gespielt habe. Das erste U-Boot-Spiel. Ich glaube nicht, dass es das erste Marine-Spiel, könnte man sagen, gewesen ist. Aber ich glaube, das war das erste U-Boot-Spiel. Und ich habe schon länger Erinnerungen an dieses Spiel gehabt, aber die sind sehr verblasst. Also, es war auch mein erstes professionelles U-Boot-Spiel, an das ich mich erinnern kann. Es gab schon andere U-Boot-Spiele zu der Zeit. Bei Mobile Games habe ich Submarine Commander von 1982 gefunden. Ja, da ist man dann auch mit so einer Art Periskop unterwegs und muss dort Schiffe versenken. Aber es war nicht eine richtige Simulation wie das, was Saldmeier hier abgeliefert hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein U-Boot-Spiel abgetippt habe, dass in irgendeiner der 64er tatsächlich ein Spiel mit enthalten war, wo man dann selber ein U-Boot kommandiert. Aber natürlich sehr rudimentär von der Grafik. Das waren meine Berührungen zu der Zeit, wenn es um Piraten, wenn es um U-Boot-Spiele geht. Sorry, das hätte ich in der Liste eintragen müssen. Das habe ich komplett vergessen. Das, was ich immer denken muss an U-Boot-Spielen, Silent Service, ich glaube, das war auch der große Mitbewerber. Das war das Gato von Holobyte Spectrum. Das ist 1984 erschienen. Das ist aber, glaube ich, nie auf dem C64 erschienen. Das war halt nur ein DOS-Spiel. Das hatte auch schon genau diesen Simulationsaspekt. Und ich glaube, der war sogar ein bisschen detaillierter. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich ehrlich sagen muss, das sieht auf DOS ganz schön scheiße aus. Und ich habe das zwar mal irgendwie in den Fingern gehabt, aber ich dachte halt damals, das wäre so ein Shareware-Spiel und habe das dann auf. Weil in DOS bei Gato sind die Schiffe halt nur so Umrisse. Also die sind nicht mal gefüllt. Man sieht halt nur so Umrisslinien und das sind alles nur Sprites. Das sieht noch ein bisschen kruder aus, also ein bisschen viel kruder aus wie Silent Service. Aber ich glaube, von dem Simulationsaspekt her war das gar nicht so weit weg von dem, was Silent Service dann geboten hat. Nicht schlecht. Also das hatte ich tatsächlich komplett vergessen. Und es kommt mir jetzt auch bekannt vor, jetzt wo du es erwähnst. Ja, sorry. Hätte ich eintragen sollen. Habe ich vergessen. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Gut. Worum geht es in dem Spiel? Also, es ist ein U-Boot-Simulator. Spielt im Zweiten Weltkrieg im Pazifik. Und dann kann man sich schon vorstellen, es geht gegen die Japaner. Und zwar ist man Kommandant eines amerikanischen U-Bootes, zum Beispiel die USS Tank. Und Ziel ist es, so viel feindliche Tonnage wie möglich zu versenken. Simuliert werden hier echte U-Boote, die tatsächlich auch dort eingesetzt wurden. Bis 1945, also bis das Kriegsende. Gibt es da noch was zu ergänzen? Nee, ne? Nee. Also, Sid Meier hat eine ziemlich lange Zeit, glaube ich, daran investiert, Top-Down-Landschaften der Erde darzustellen. Das sieht man in Civilization, Transport Tycoon, in Pirates. Das sieht man in Silent Service und so weiter. Und das zieht sich halt hier auch nochmal so ein bisschen durch. Also, man sieht seine Liebe zur prozeduralen Generierung von Landschaften. Ja, die sieht man. Das ist halt die Beschränkung des ganzen Spiels, würde ich sagen. Und dann gibt es halt diesen Simulationsteil, in dem man so ein bisschen mehr Action hat. Das ist ja schon gesagt, mehr Action. Aber bevor man mit der Action anfängt, sollte man erstmal ein paar Trainingsmissionen machen. Oder beziehungsweise eine Trainingsmission. Das ist das, was das Spiel zunächst einmal bietet, was ich ganz gut finde. Weil man dann mit der Steuerung in Berührung kommt und dort wirklich die Grundlagen ausprobieren kann. Aber natürlich, 1985, da gab es kein Tutorial oder ähnliches, wo man... Nicht? Ich habe jetzt nicht ins Handbuch geguckt, aber F19 und so, die ganzen Spiele von Microprose, die ich kenne, da ist halt in der Trainingsmission, das Tutorial steht halt im Handbuch drin. Ja, das stimmt. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es nicht im Spiel eingebettet war. So nach dem Motto, jetzt klicken Sie bitte hier und dann kommt ein Fenster. Genau, keine Pop-Ups. Gar nichts. Sondern man braucht dafür die Anleitung, die muss man sich durchlesen und dann probiert man das aus. Finde ich super. Finde ich viel besser wie diese On-Screen-Tutorials, die man heute hat. Weil kennst du das Gefühl, wenn man so vor dem Spiel sitzt und ja, ich will endlich los. Nein. Du klickst jetzt erst auf dieses Pop-Up, dann hier, dann hier. Und so kannst du dir im Vorhinein, lest dir das in Handbuch durch, weißt schon so ungefähr, was du machen musst. Und wenn du an einer bestimmten Stelle bist, kannst du im Handbuch nochmal nachschlagen. Finde ich super. Finde ich auch besser. Ganz ehrlich, weil da spielst du zwei, drei Stunden und bist immer noch im Tutorial heutzutage. Richtig. Und das ist dann schon doof. Vor allem, wenn es so um Wirtschaftssimulationen, Aufbausimulationen oder ähnliches geht. Da ziehen sich die Tutorials richtig hin. Ja. Okay, also Trainingsmission, eine. Aber dann gibt es die sogenannten Convoy-Actions. Das sind sieben Stück. Es sind historische Missionen, wie zum Beispiel, ich habe mein Beispiel hier rausgegriffen, die USS Hammerhead, Oktober 1944, Borneo. Und dort kann man dann den Angriff bei Nacht über Wasser ausprobieren. Und dann gab es die Warpatroles, die Kriegspatrouillen. Insgesamt fünf verschiedene Szenarien mit fünf verschiedenen U-Booten zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Ausgangsbasen. Und das ist auch wichtig zu wissen. Denn interessanterweise, am Anfang des Krieges waren natürlich die Amerikaner unterlegen. Da hatten die Japaner noch sehr viele Flugzeugträger und Kriegsschiffe, mit denen sie dann auch Jagd auf die U-Boote machen konnten. Das Verhältnis hat sich dann nachher gewandelt, nachdem die amerikanischen U-Boote sehr erfolgreich waren und sehr viele japanische Schiffe versenkt haben. Und da meine ich nicht nur Handelsschiffe, sondern auch Kriegsschiffe, Flugzeugträger, Schlachtschiffe, Kreuze, also wirklich alles. Und dann kippte dann alles zugunsten der Amerikaner. Und das sieht man auch hier beispielsweise daran, dass am Anfang die Startbasen alle auf Australien sind, weil die Japaner wirklich überfallmäßig ganz Südostasien unter ihrer Kontrolle gebracht haben. Das ging ja wirklich sehr schnell. Innerhalb von ein paar Monaten wurden ja die Holländer besiegt in Indonesien, die Engländer in Singapur und Hongkong, die Chinesen. Also das ging wirklich ratzfatz. Und das sieht man dann auch wirklich hier bei dem Spiel. Herzstück sind die Patrouillen. Man hat Treibstoff für 55 Tage und muss dann zunächst einmal auf einer Karte von Südostasien. Im Norden sieht man Japan und das chinesische Meer und ein Teil der Küste Chinas. Im Osten geht es bis Midway, glaube ich, Selma, wenn ich mich recht entsinne. Im Süden ist Australien die Grenze, Nordaustralien. Und im Westen geht es bis Sumatra. Was schon ordentlich ist. Das ist eine riesengroße Karte. Und dort muss man im ersten Schritt mit seinem U-Boot herumfahren auf der Suche nach einem Geleitzug. Und wenn man solch ein Geleitzug gefunden hat, dann wechselt auch die Einstellung. Dann sieht man eine detailliertere Karte und dann kann man von Station zu Station springen. Kernpunkt ist die Zentrale, wo aus meiner Sicht auch eine sehr schön gezeichnete Figur an einem Periskop steht. Und von dort aus kann man dann auf die verschiedenen Stationen wechseln, wie zum Beispiel auf die Kartenstation, wo man dann von oben die Karte und auch die feindlichen Schiffe sieht. Dann gibt es die Station mit den Armaturen, wo man sehen kann, die Tiefe, wie viele Torpedos hat man, Ladezustand der Batterie, Uhrzeit, welche Richtung fährt man etc. Dann gibt es die Einstellung Damage Report, wo man sehen kann, welchen Zustand das eigene U-Boot hat. Vor allem, ob was kaputt ist und gerade repariert wird. Dann gibt es mit am wichtigsten die Einstellung oder die Station Periskop, wo man dann durch den Periskop nach außen sehen kann, vorausgesetzt man ist entweder aufgetaucht oder ich glaube 44 Fuß ist die Tiefe, die man maximal haben konnte, um noch mit dem Periskop arbeiten zu können. Und dann gibt es noch die Brücke, das heißt im aufgetauchten Zustand konnte man dann hoch an die frische Luft und dort durch ein Fernglas schauen. Das sind die verschiedenen Stationen, die man nutzen kann. Oh, und ein Schiffslogbuch, wo die erfolgreich versenkte Tonnage vermerkt ist, wenn man es schafft, ein Schiff zu versenken. Wenn man einen Geleitzug dann entdeckt hat, bestand die erste Aufgabe darin, erstmal herauszufinden, was für einen Kurs dieser Geleitzug hat und woraus sich dieser Geleitzug zusammensetzt. Also welche Schiffe Teil dieses Geleitzuges sind. Es gab drei zivile Schiffe, einmal Frachtschiffe, die haben so circa 3.000 bis 4.000 Tonnen, Tanker circa 7.000 Tonnen und Truppentransporter circa 10.000 Tonnen. Und zusätzlich gab es zum Schutz dieser Geleitzüge auch Zerstörer. Klammer auf, wenn man Pech hatte, wenn man Glück hatte, gab es keine Zerstörer. Und es gab große und kleine Zerstörer, die dann in der Lage waren, sowohl mit ihrem Sonar oder per Ausguck einen zu orten und den Angriff, den man gerade versucht, zu vereiteln. Das ist eine Passage, da kommen wir, glaube ich, später nochmal, wenn wir zu den spannenden Momenten des Spieles kommen. Auf jeden Fall hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Zerstörer sehr geschickt sind und dass man sehr schnell aus der Rolle des Jägers zur Rolle des Opfers wird, wenn man nicht aufpasst oder zu mutig und zu forschen unterwegs ist. Und wenn man den Kurs des Geleitzugs dann herausgefunden hat und dann einen Abfangkurs berechnet hat und man dann, sagen wir mal, auf 1.500 bis 1.800 Yards herangekommen ist, ohne vorher von den Zerstörern entdeckt worden zu sein, hat man dann die Möglichkeit, mit seinen Torpedos diese Schiffe zu versenken. Und da kam es dann auch auf die jeweilige Größe des Schiffs an. Das heißt, für einen Frachter reichte schon ein Torpedo. Bei einem Truppentransporter waren vielleicht schon zwei Torpedos erforderlich, aber man konnte auch, wie eingangs beschrieben, mit der Deckskanone Schiffe versenken. Und das habe ich dann auch ausführlich genutzt, wie man an den Replays sehen kann. Zum Schluss würde ich jetzt hier beim Gameplay noch kurz anmerken, dass eine Speicherung des Spiels nicht möglich war, sondern man musste immer neu anfangen. Ich meine, diese Kriegspatrouillen hatten diese Begrenzung auf 55 Tage, mehr Treibstoff hatte man nicht. Da würde es vielleicht Sinn machen, eine Speicherfunktion vorzusehen, hatte das Spiel aber nicht, sie hatte nur einen Highscore. Und zunächst einmal denkt man sich, hey, Sittmeier, Highscore, das kennen wir ja von den Arcade-Geräten, was soll denn der Scheiß? Wir sind ja 1985, da sind wir doch schon längst weg. Aber diese Highscore-Liste macht doch tatsächlich Sinn, denn auch in Wirklichkeit wurden die Kapitäne danach bemessen, ob sie erfolgreich waren oder wie erfolgreich sie waren, anhand der versenkten Tonnage. Also auch im Zweiten Weltkrieg gab es eine Highscore-Liste. Und deshalb macht es auch hier Sinn, mit einer Highscore-Liste zu arbeiten. Oder hat dich das gestört, Selma? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kennt man so von Microprose-Spielen ja auch. Ich meine, das ist bei Civilization so, das ist bei Railroad-Tycoon so, dass du am Ende halt sagen kannst, wenn du retierst, als was du da retierst. Das ist im Prinzip ja auch eine Highscore-Liste. Du kriegst ja auch Punkte und nach diesen Punkten bekommst du ja dann auch einen Rang. Ja, aber du speicherst zwischendurch ab und spielst eine Partie, ein, zwei Wochen und dann kommt erst diese Liste. Hier gibt es kein Speichern. Dafür ist das Spiel auch nicht so lang. Dafür ist das Spiel nicht so lang. Und das ist auch wieder sehr charmant. Ja. Finde ich. Und das ist ein Punkt, wo wir dann später nochmal hinzukommen. So, Gameplay. Lieber Selma, ergänz mal. Ich habe da eigentlich auch nicht viel zu ergänzen. Du hast das wirklich schön zusammengefasst. Das Einzige, was ich gerne noch ergänzen würde, was vielleicht auch der Meinung oder anderen aufgefallen ist, Zeiten und Geschwindigkeiten und Distanzen stimmen in dem Spiel nicht. Das hat Microprose ja natürlich öfter und auch andere Simulationen öfter gemacht. Ich meine, die Torpedos zischen ja mehr wie Raketen durchs Wasser. Ja, ich meine, bei F15 strikige fliegst du auch in, ich glaube, zwei Minuten von Nord nach Süddeutschland. Das ist halt, ja, diesen Teil der Simulation muss man, glaube ich, gutwillig mit Augenzwinkern betrachten. Ich finde das nicht schlimm. Das hat mich bei F15 nicht gestört. Ich meine, wenn man sonst, sonst dauert halt so ein Spiel mal locker, zehn Tage oder so, bis ich dann, man liegt dann halt die ganze Zeit da im Wasser. Und so hat man halt die Möglichkeit, das Spiel zu verkürzen, zumindest den Teil des Spiels zu verkürzen, der ja durch physikalische Begebenheiten so lange dauert. Ich fand das ganz angenehm. Was es nicht gibt, ist eine Zeitbeschleunigung direkt im Spiel, oder? Doch, doch, doch. Die gibt es achtfach. Das ist das Maximale. 2, 4, 6, 8, glaube ich, oder 2, 4, 8. Und zwar mit der Taste F und T. Ah, okay, das hatte ich nicht mehr. Das ist die Uhr auf der rechten Seite. Ah, okay, das hatte ich nämlich nicht mehr in Erinnerung. Das habe ich auch nie benutzt. Also, was heißt nie, das habe ich in meiner Aufnahme nicht benutzt. Das hatte ich mich bei der Aufnahme gefragt. Okay, dann gibt es damals schon eine Zeitbeschleunigung. Weil ich weiß nicht, wo das angefangen hat. Vielleicht ist das hier auch das erste Spiel, bei dem das angefangen hat. Ich weiß, dass es in den Solo-Flight und so gab es, glaube ich, keine Zeitbeschleunigung. Nein. Und ich vermute mal ... Auch bei Kennedy Approach nicht. Das wäre Wahnsinn. Ja. Vielleicht war das das erste ... Als Fluglotse. Vielleicht war das wirklich das erste Spiel von Microprose, was diesen Zeitraffer hatte. Das kann sein. Welche persönliche Verbindung hast du zum Spiel gehabt, Selma? Wie ich eben schon mal angedeutet habe ... Also, ich kann mich daran erinnern, es gespielt zu haben. Aber rückblickend fällt es so ein bisschen in den gleichen Zeit-Slot, wo ich auch Pirates gespielt habe. Und mir hat Pirates ... Naja, als Kind natürlich ... Als ... Ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war da noch nicht zehn, als ich es gespielt habe. Also vermutlich irgendwie so sieben, acht. Da waren natürlich Piraten ganz groß in. Und mir hat das Abenteuer mit den Piraten viel, viel besser gefallen wie Silent Service. Wir haben es gespielt, aber ich habe auch in der Vergangenheit immer Silent Service mit dem Destroyer von Epix verwechselt. Kennst du das? Mhm. Ja, klar. Tolles Spiel. Kommt auch mal im Replay. Steht hier auf der Liste von mir und im Regal. Weil es wirklich sehr ähnlich ist, nur einfach die andere Position diesmal über Wasser. Genau. Und das habe ich mehr gespielt. Mhm. Das habe ich weniger gespielt, weil ich es irgendwie nie geschafft habe, irgendjemanden zu entdecken auf der Karte. Vielleicht lag es daran. War zu schlecht. Das habe ich auch so in Erinnerung, weil es hat viel mehr ... Zumindest von der Oberfläche her macht es einen viel komplexeren Eindruck. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, wo wir da irgendwie den Spaß dran gesehen haben. Aber ich weiß, dass wir es sehr, sehr häufig gespielt haben, auch mit mehreren. Also zu zweit wahrscheinlich, zu dritt wieder. Wahrscheinlich ist dann das Gruppenwissen dazu gekommen, dass wir da überhaupt irgendwas geschafft haben. Aber das war für uns irgendwie interessanter. Ich weiß nicht, das hatte vielleicht auch mit diesem Film zu tun. Ah, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, der ist mit John Wayne. Wo auch so ein Zerstörerkommandant und so ein U-Boot-Kommandant sich irgendwie ... Ich glaube, John Wayne ist Kommandant eines Zerstörers oder eines Zerstörer-Verbandes bei einem der großen Geleitzüge nach Europa. Ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ich kann mich auch daran erinnern. Kann gut sein. Also den haben wir damals illegalerweise, wenn die Eltern dann irgendwie arbeiten waren und wir nach der Schule beim Freund waren, Hausaufgaben fertig gemacht haben, dann haben wir den in den Videorekorder geworfen und geguckt. Vielleicht kam daher auch so ein bisschen mehr die Begeisterung für den Zerstörer. Ich weiß es nicht. Das ist ja total witzig, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Ich war ein großer Fan von U-Booten, damals und auch heute. Der Film Das Boot ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme immer noch. Und ich habe auch mit 15 bereits die Romanvorlage von Lothar Günther Buchheim gelesen, der auch noch ein zweites, sehr interessantes Buch geschrieben hat, nämlich die Fortsetzung von Boot. Also es geht dann weiterhin um den Kriegsreporter, der ja von Herbert Krönemeyer gespielt wird in dem Film. Und er überlebt ja in dem Film, wie die meisten Besatzungsmitglieder. Ich glaube, nur der Kapitän stirbt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und in diesem zweiten Buch geht es dann wirklich darum, was dieser Kriegsreporter, was in Wirklichkeit der Buchheim selber war, dann weiter erlebt hat bis zum Ende des Krieges. Sehr spannendes Buch, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und diese Liebe hat sich dann auch hier wieder gespiegelt, dass ich das Spiel hier wirklich gesuchtet habe, es wirklich geliebt habe zu spielen, weil es auch sehr spannend ist, das Einzige, was mich daran gestört hat, war, dass es im Pazifik und nicht in Europa spielt. Für mich wäre es viel besser gewesen, wenn es in Europa gewesen wäre, weil dann wäre der Zugang zu dem Spiel noch stärker gewesen als ohnehin. Was für den zweiten Teil? Der zweite Teil ist ja auch nur im Pazifik. Ja, wäre aber logisch gewesen für den zweiten Teil, oder? Ja, aber schon. Aber ich glaube, das Problem ist, dass die amerikanische U-Boot-Waffe im Atlantik halt nicht so erfolgreich war wie im Pazifik. Und deshalb macht es für eine amerikanische Firma, für ein amerikanisches Publikum doch mehr Sinn, den Pazifik zu nehmen und den Kampf gegen die Japaner. Wahrscheinlich hast du recht, ja. Und wahrscheinlich verkauft es dich dann auch besser in Deutschland. Kann sein. Wobei, wo wir gerade... Mit Japanern. Wo wir gerade dabei sind, es gab ja dann später, ja, Silent Service 2 und noch, ich glaube, noch andere U-Bootsimulationen. Ich habe ja viel das Boot damals gespielt, eine U-Bootsimulation von 360, glaube ich, war die. Und die spielte ja dann im Atlantik, glaube ich, sogar meistenteils. Ich erinnere mich, irgendwo in Norwegen oder Schweden in irgendwelchen Fjorden abgehangen zu haben und gewartet zu haben, bis da die Patrouillen vorbeigefahren sind. Ja, also manche haben da schon was mit umgesetzt, aber du hast recht, weil das Spiel ist, glaube ich, nicht so populär. Kennst du das? Nee, das kenne ich gar nicht. Und da liegt auch der Roman bei, beim Spiel. Aber, okay, das ist jetzt ganz interessant, weil ich dachte immer, das Spiel, das U-Boot, dass es einfach deutsche Version von Silent Service ist, weil es die gleiche Verpackung hat und so ähnlich aussieht. Ja, richtig, das Spiel, was ich meine, heißt auch das Boot, nicht das U-Boot. Ah, okay. Und ich glaube, das hat die Lizenz des Buchs. Das kenne ich noch nicht. Weil es liegt zumindest dabei. Okay, das schreibe ich mir jetzt hier direkt aus. Ja, da mache ich dann das Replay zu. Okay. Hört sich gut an, sehr schön, sehr schön. Ja, das sind die Verbindungen zum Spiel. Kommen wir dann mal zur Grafik, Selma. Wie findest du die Grafik? Also, ich muss sagen, ich war überrascht, wie, naja, ich will jetzt nicht sagen gut gealtert, weil das ist ja immer, wir altern ja, die Grafik bleibt ja immer dieselbe. Wie hübsch sie noch ist, finde ich. Also, mir hat, ich muss sogar zugeben, die DOS-Version, ich hatte erst Bedenken, aber sie geht, sie geht. Also, ich bin da relativ gut mit klargekommen. Mir hat sie ganz gut gefallen. Was mich am meisten, ich weiß nicht, verwundert hat, das ist das einzige Spiel, zumindest, was ich so aus dieser Ära von Microprose kenne, wo man in der Simulation wirklich eine Figur steuern kann. Der einsame Protagonist, der in dem U-Boot sitzt, hat bei mir immer natürlich die Immersion erhöht, weil man sich selbst sozusagen in diesem U-Boot wieder gespiegelt hat, aber man war ja immer alleine. Und das ist ja, weiß ich nicht, ob das Microprose, aber ich glaube, es ist so ein generelles Simulationsproblem aus der Zeit, dass man immer alleine ist. Es gibt ja auch im Spiel keine Verbündeten. Ja, also normalerweise sieht man den Protagonisten nur dann, wenn er den Schleudersitz betätigt. Oder? Bei vielen Flugsimulationen. Ja, aber das ist richtig, aber selbst dann ist er ja immer noch sehr anonym. Also meistens ist er bei den ersten Simulationen einfach nur ein Strich, dann ist er irgendwann mal, sieht man schon so ein bisschen den Helm und den Anzug, aber es ist trotzdem, finde ich das immer sehr, sehr anonym. Klar, bei F-15 Strike Eagle 3 ist man dann an diesem Tisch und man sieht manchmal seine Hände oder im Cockpit sieht man dann auch sein Gesicht. Aber ja, damals war das irgendwie, war das das Erste. Und später, weiß ich gar nicht, also F-15 Strike Eagle hat das nicht gehabt, F-19 hat das nicht gehabt, also ja, Red Storm Rising hat das nicht gehabt. Und ich glaube, Silent Service 2 hat das auch nicht mehr gehabt. Also das war so eine Ausnahme für mich. Ich war auf jeden Fall verwundert und habe mich verwundert, dass man halt diese Figur steuern konnte, um zu den Stationen zu gehen, was im Nachhinein, finde ich das ziemlich cool, dass man so einen Hub hat und von diesem Hub aus kann man halt seine Stationen immer erreichen. Das finde ich ziemlich gut. Und ich glaube, solange man in diesem Hub ist, ist die ganze Simulation auch pausiert, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich pausiert, wenn man in der Zentrale ist. Darauf habe ich nicht geachtet. Ich finde es aber wirklich, wie du es sagst, bemerkenswert. Und vielleicht gibt es auch eine Erklärung dafür. Es ist nicht nur eine optische Darstellung, wo sich gerade der Cursor befindet oder welche Station gerade ausgewählt wird, bevor man dann mit dem Button dann OK drückt und dann zu der Station kommt, sondern viele oder alle U-Boote sind ja wirklich historisch belegte U-Boote und auch die Namen der Kapitäne werden dort genannt und bei den Szenarien wird auch beschrieben, was dort passiert ist. Und dann macht es vielleicht noch mehr Sinn, dass man den Kapitän dann wirklich hier darstellt und nur den Kapitän, weil andere Personen tauchen in der Anleitung und im Spiel auch nicht auf. Das ist vielleicht die Erklärung oder eine Erklärung, warum sie das so gemacht haben. Ja, ich finde es einen sehr interessanten Aspekt, der dann wieder auftaucht später, aber mehr so vernachlässigt. Also man steuert ja in den späteren Flugsimulationen den Piloten nicht direkt. Man sieht ihn dann halt nur, wenn man sich im Cockpit umguckt, was für die Immersion natürlich gut ist. Aber ja, dieses Steuern hätte ich trotzdem irgendwie noch ganz cool gefunden, wobei es auch ein bisschen strange gewesen wäre, wenn man so Point-and-Click-Manier irgendwie durch seinen Stützpunkt läuft, bevor man losklickt. Aber ich glaube, ich hätte es ziemlich cool gefunden. Das ist ein guter Punkt. Ja, die Grafik selber, wir haben es auf dem 64 auf dem Amiga auf dem PC gespielt, ja, eine 2D-Grafik, die relativ schick aussieht zum damaligen Zeitpunkt, fand ich, die auch noch gut aussieht, wenn man das gewisse Alter hat, wie wir. Wenn man zu den Angriffssequenzen geht, dann hat man dann so eine, ja, Pseudo-3D-Grafik, sag ich mal, wo du dann über Wasser die Schiffe siehst und den Himmel und die Wellen, aber die Wellen sieht man ehrlich gesagt nicht richtig, das sind nur Schattierungen. Eigentlich hast du immer so ein Kasperle-Theater, wo jemand im Hintergrund die Schiffe auf so Stöchchen hin und her bewegt. Ja, und näher und weiter geht, aber auch wenn du ein Torpedo abschießt, dann siehst du erst mal die Bugwelle des Torpedos größer und dann wird es kleiner. Also, die haben schon versucht, mit so einem 3D-Effekt zu arbeiten und ich finde, dass es auch recht gelungen ist. Vor allem in der Amiga-Version. Sehe ich auch so. Und auch die Schiffe finde ich super gelungen, denn die Grafik, klar, die ist begrenzt gewesen zu der damaligen Zeit, aber trotzdem haben sie es geschafft, die Silhouetten der Schiffe so zu bauen, dass man wirklich sehr schnell erkennen konnte, um was für ein Typ Schiff es sich handelt. Und das fand ich sehr cool. Das stimmt. Weniger ist oftmals mehr scheinbar. Also, jetzt finde ich es auch wieder cool. wenn man sich, das aktuellste Spiel ist ja, glaube ich, U-Boat auf Steam. Wenn man sich da die Grafiken ansieht, das sieht natürlich richtig scharf und cool aus. Wenn ich es jetzt aber vergleiche mit Spielen wie Aces of the Deep oder die anderen Spiele, die, sagen wir mal, in den 90ern, 2000er rausgekommen sind, Silent Hunter, da sehen die Schiffe auch nicht schlecht aus, aber da sind das Polygon-Grafiken und da finde ich irgendwie die Sprites dann doch charmanter aus der Amiga-Fassung im direkten Vergleich. Aber es ist vielleicht auch wirklich eine Alterssache, dass man diese 3D-Sachen aus den 90ern irgendwie nicht gut findet. Ja, man muss da so ein Fable für haben. Also, ich mag ja diese 3D-Polygon-Sachen, gerade, ich sag mal, bis diese Polygone dann texturiert wurden und dann zu diesen Playstation N64 verwaschenen Texturen, die mag ich auch nicht. Aber das davor, so die reine Polygon-Grafik gefällt mir gut und da muss ich sagen, ich mag die von Aces of the Deep dann zum Beispiel, die gefällt mir schon besser. Oder Task Force 1942, was wir ja hier im Replay hatten, hat ja die Polygon-Grafik auch, was noch ein paar Jahre früher war. Mag ich lieber wie diese Pixel-Grafiken, gerade, weil die Bewegung dann halt ein bisschen realistischer rüberkommt und so. Aber, ja. Die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Was ich hier noch bei der Grafik erwähnen würde, ist, dass es einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Das fand ich auch ganz cool, weil ich kann mich nicht daran erinnern, zu der Zeit viele Spiele gesehen zu haben, die dieses Feature bieten. Aber hat das auch spielerisch eine Auswirkung? Hattest du das Gefühl, wenn du nachts auftauchst, dass du schlechter gesehen wirst? Ja. Ah. Definitiv. Also, nachts einen Überwasserangriff zu fahren, hat Aussicht auf Erfolg, während tagsüber es zu probieren direkt zum Scheitern verurteilt ist. Sehr gut. Also, das merkt man. Sound. Ich mache mal ein typisches Geräusch nach. Moment. Ping. Cooles Geräusch, oder? Ach, geht so. Ist eigentlich eher so ein erschreckendes Geräusch, oder? Ja, schon ein erschreckendes Geräusch, aber ich kann mir wirklich vorstellen, wie es ist, wenn man da in dieser Metallhülle sitzt und dieser Ton durch den gesamten Bootskörper vibriert und wiedergegeben wird. Und dann weiß man, oh wei, wir sind entdeckt. Und das ist eins der Soundeffekte, die das Spiel hat. Und das Spiel hat nicht viele Soundeffekte, aber die, die sie hat, sind wirklich gut und die passen auch überall. Also, man hört die Dieselmotoren. Wenn man dann umschaltet auf der E-Maschine, hört man sofort das leise Wummern der E-Maschine, das Ping. Man hört, wenn man Not taucht, oder überhaupt, wenn man taucht, glaube ich, diese Tröte, wenn man um der Besatzung... War das in der C64-Version? Ja, da war es, glaube ich, auch schon. Okay. Nur bei der NES war es nicht. Da war es mir aufgefallen. Wobei, ich habe mich gewundert, Selma, wenn man Not auftaucht macht, gibt es auch diese Tröte. Wird man damit nicht gehört, wenn man laut rumtrötet? Also von den Feinen, aber egal. Wenn du Ausblasen hast, dann... Laut. Also, ich glaube, da ist es völlig egal. Ist egal. Okay, dann ist es egal. Dann die Explosionen, wenn Torpedos treffen oder die Deckskanone trifft. Aber auch das Verbrechen der Schiffe beim Untergehen hört man. Zumindest bei den, bei der Amiga, der C64 und der PC-Fassung, bei der NES-Fassung fehlte das. Also, sehr coole Soundeffekte, die wirklich dazu passen und sehr viel für die Immersion des Spiels machen. Was mir... Genauso wie die Musik. Warte kurz zum Sound noch. Mir fehlte, also, die Amiga-Version ist ja noch ein bisschen besser. Da hört man sogar das Wellenrauschen oder den Wind draußen, wenn man aufgetaut ist. Das finde ich cool. Ich finde es schade. Ich hatte das ja bei Red Storm Rising, hatte ich mich ja auch schon darüber beschwert. Aber ich mache es nochmal. Ich finde es schade, dass man dann die Chance nicht genommen hat, zum Beispiel Crew-Geräusche oder so, dann weiß ich nicht. Man hätte einfach nur irgendwie, ja, Schritte, irgendwas, so gemurmeln und so. Klar, in der C64-Version hätte das. Aber bei der Amiga-Version hätte man das schon haben können. Oder dass man zum Beispiel den Maschinentelegraph oder sowas hört. Das sind halt auch nochmal so, ja, also, man hätte ein bisschen soundtechnisch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Mhm. Ja, das stimmt. Aber für das, was es hatte, also die Teile, die waren schon gut. Okay, dann sind wir uns drüber einig. Und genauso gut war auch die Musik, oder? Die finde ich besonders gut, gerade bei einem U-Boot-Spiel, sehr passend. Fand ich auch. Es gibt nämlich gar keine Musik. Musik. Außer bei der NES-Version. Das scheint wohl in den Terms und Conditions von Nintendo für Spielentwickler zu stehen. Es muss eine Musik im Titelscreen geben, die überhaupt keinen Bezug zum Spiel haben darf. So muss das drinstehen, weil ich kann mir nicht erklären, wieso die das Stück genommen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ist, dass Nintendo da Daumen drauf hatte, dass es wenigstens im Titelscreen Musik gibt. Könnte sein. Und dann haben die halt irgendein Musikstück genommen. Weil ich habe mir das auch angehört oder ich habe das auch in deinem Video gesehen, das passt wirklich nicht so dolle. Selbst mit Fantasie. Nee, auch nicht mit Fantasie. Nein, also keine Musik und da sind wir alle dankbar drüber. Und dankbar sind wir auch für die Steuerung, oder Selma? Ja, die geht gut von der Hand. Für eine Simulation ist sie eigentlich ziemlich simpel. Also ja, mir hat es so gut gefallen. Man braucht die Tastatur und beim C64 den Joystick oder die Maus beim Amiga und beim PC. Und man muss sie schon ein bisschen eingewöhnen, weil es sind schon so 10 bis 15 Tasten, die man drücken muss und die unterschiedliche Funktionen haben. Beim PC war auch keine Maussteuerung. Ah, okay, war Joystick. Könnte sein, dass ich die Buta-Version, ich weiß gar nicht, welche DOS-Version ich da gespielt habe, dass die dann halt keine Mausunterstützung hatte und es schon dann später in der DOS-Version dann, die vielleicht ein bisschen später rausgekommen ist, welche gab, aber ich meine, es gab keine. Aber definitiv beim Amiga gab es eine Maussteuerung, die ich auch gut fand. Aber ich fand auch die Joystick-Steuerung wirklich sehr gelungen. Und nachdem man ein bisschen Übung hatte, wusste man, welche Taste man drücken muss. Bei der C64-Fassung gab es eine Schablone eigentlich für die Tastatur. Gab es sowas beim C64? Also ich habe leider keine. Also es gab Spiele mit Schablonen, aber ich glaube, das war keines dieser Spiele. Leider. Aber ich habe bei E-Mail gesehen, dass es einen Anbieter gibt, der Schablone für den 64er nachgebaut hat für unterschiedliche Spiele. Oh, schick. Die man dann sich kaufen kann, ausschneiden und dann über seinen 64er legen kann. Witzig, oder? Ja. Aber er will 15 Pfund pro Version haben, glaube ich. Und das war mir ein bisschen zu teuer. Ja. Habe ich mir dann auch gedacht. Für 15 Pfund kannst du da auch irgendwas selber nachbauen. So kompliziert ist es ja auch nicht. So ist es. Oder man investiert das Geld in so ein Stream Deck und macht dann virtuelle Tasten drauf. Das geht auch gut. Kann ich bestätigen. Kannst du bestätigen. Hat nämlich Selma für den F19 gemacht. Musst du mal bei Twitter mal teilen. Oder war das bei Twitter schon? Das war schon bei Twitter. Also bei Twitter seht ihr, was Selma grafisch in der Lage ist. Wow. Umzusetzen. Ja. So. Der Spielumfang. Wir haben diese Convoy Actions. Die gehen relativ schnell. Da würde ich sagen eine halbe, dreiviertel Stunde maximal. Und dann haben wir die Patrouillen, die auch zeitlich limitiert sind. 55 Tage. Ich vermute mal, dass man für so eine Kriegspatrouille, wenn man erfolgreich ist und sich nicht versenken lässt, wie ich, nach zwei, drei Stunden eigentlich durch ist. Aber, und das ist das Besondere, das Spiel hat eine große Langzeitmotivation bei diesen Warpatrills, denn kein Einsatz gleicht dem anderen. Also es ist nicht so, dass die gleichen Geleitzüge an der gleichen Stelle sind auf der Karte und die gleiche Zusammensetzung haben, sondern die sind immer anders. Und das erhöht natürlich das Wiederspielen enorm. Hast du es lange gespielt damals? Ich glaube nicht. Nicht so, okay. Ich schon. Was heißt nicht lange, das sind dann irgendwie schon drei, vier Wochen gewesen. Ah, okay, nee, ich habe Monate gespielt. Ja. Also wirklich Monate. Und dann, als der Amiga rauskam, hatte ich dann irgendwann, ich glaube 87 kam Silent Service 2, mir den zweiten Teil dann auch geholt, im Original und es gespielt. Aber das habe ich nicht mehr so lang gespielt, weil ich glaube ich schon wirklich gesättigt durch die 64er-Version war. Das passiert dann leider, ne? Ja. Was würdest du denn besser machen bei dem Spiel, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Zeitmaschine in das Jahr 1984 zurückzuspringen und Sittmeier vor dir in der Kaffeeschlange von, naja, was gab es denn, vor Starbucks, keine Ahnung, irgendwas, getroffen hättest und ihm sagen könntest, hey Sitt, das musst du noch ändern an deinem Spiel. Dann hätte ich wirklich ihm gesagt, und zwar nicht nur für dieses Spiel, sondern hätte ich ihm gesagt, was wirklich interessant ist, damit man sich nicht so alleine fühlt in diesem Krieg oder in diesem Konflikt, muss ja nicht immer ein Krieg sein, kann ja auch bei Railroad Tycoon was anderes sein, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, Verbündete zu haben, ne? dass es andere Verbündete gibt, dass man auch mal Konvois beschützen vielleicht muss. Hätte ich sehr interessant gefunden, da mehr Varianz zu haben und ich auch bei anderen, wie bei anderen Microprose-Spielen sehr interessant gefunden, wenn es halt Funksprüche gegeben hätte oder wenn man von den Crew-Mitgliedern irgendwie was gehört hätte, irgendwie Zerstörer nähert sich oder sowas, weißt du, dass man unten einfach so eine kurze Texteinblendung hat oder sowas, dass man, dass man ja nicht alleine ist auf diesem riesigen Boot, was durch die Grafiker schon suggeriert wurde. Also klar, als Kind hat mich das überhaupt nicht gestört. Aber aus heutiger Sicht hätte ich gesagt, das wäre was, was man hätte verbessern können. Also, ich würde in dieser Schlange stehen und ihn dann ansprechen und nachdem ich erstmal sinnloses Zeug hervorgebracht hätte, also so wie jetzt in dem Podcast und er sich schon am Abwenden gewesen wäre, hätte ich noch schnell herausgepresst, die Dexkanon ist zu stark. Das ist tatsächlich ein Effekt, den ich hier sehe, dass man mit zu wenig Schüssen auch einen Truppentransporter versenken kann. Bei einem Zerstörer mag das noch angehen, aber bei einem ganz kleinen Zerstörer, aber auch da finde ich es relativ unrealistisch, wenn man wirklich mit so einer, ich weiß nicht wie viel Millimeter diese Dexkanonen damals hatten. Damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Es waren bei deutschen U-Booten nicht sogar 8.8s da irgendwie. Also damit kannst du glaube ich gerade so ein Auto in Brand schießen, ja, aber das war es schon, oder? Schon mehr? Damit kannst du, ja, da ist halt eine Secondary von normalen Schlachtschiffen gewesen, also, oder Pax, also damit kannst du schon Panzer knacken, das geht schon, also, ist schon ein großes Ding. Ich glaube aber, die waren, weiß nicht, andere, 5 Zentimeter oder was, ich habe keine Ahnung, bin nicht so der U-Boot-Fahrer, muss ich zugeben. Ich meine, bei dem Spiel ist es so, du schießt und dann siehst du dann die Explosion auf dem Schiff. In der Realität hätte man ja mit der Deckskanone unterhalb der Wasserlinie gezielt, um Löscher in den Rumpf zu reißen, damit da schneller Wasser einfließt, aber das ist natürlich nicht so spektakulär wie eine Explosion. Also, das wäre das, was ich gemacht hätte, die Zerstörer waren auch zu einfach zu versenken und wenn man dann die Zerstörer erstmal eliminiert hat. Die Zerstörer waren zu einfach? Hast du die Zerstörer nicht auf einfach gestellt? Nee, 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 ich habe die auf Expert gemacht und bin dann wieder zurückgegangen. Also, sie mit einer Deckskanone zu zerstören ist sehr einfach. Wenn man aber untergetaucht ist und von ihnen gejagt wird, dann waren sie zu stark und die haben einen zu früh gefunden. Das war so ein bisschen das Problem. Aber wenn man die Chance hatte, mit einer Deckskanone gegen einen Zerstörer anzutreten, hatte man dann eigentlich keine Probleme. Ja, das stimmt. Das ist unrealistisch. Das fand ich ein bisschen grof. Unrealistisch. Aber egal. Hat trotzdem Spaß gemacht, oder? Klar. Ich habe auch noch ein bisschen weitergespielt nach der Aufnahme. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was hat denn besonders viel Spaß gemacht? Ja, also, mir hat das insgesamt viel Spaß gemacht, weil man schnell reingekommen ist. Es ist schnell von der Hand gegangen. Die Stationen, die Tastaturbelegung war alles klar. Man musste, also ich musste nicht viel lernen, hatte ich das Gefühl, was das Handling und so angeht. und man konnte halt losspielen und hatte gleich Spannung und Spaß. Mir hat das ziemlich gut gefallen. Es wäre aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich möchte das intensiver spielen. Ich möchte das Spiel genauer kennenlernen, weil ich schon das Gefühl hatte, nach, ich weiß nicht, wie viel habe ich gespielt, Stunde, anderthalb, im Prinzip alles schon gesehen zu haben. Also, ich wusste jetzt, da kommen keine neuen U-Boote, da kommen keine neuen Waffen hinzu. Das ist alles, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich habe schon einen Großteil der Schiffe gesehen. Vielleicht gibt es da noch ein paar Schiffe, die ich entdecken könnte. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann nur noch auf der Highscore-Jagd. Und ich muss zugeben, dafür habe ich halt schon zu viele ähnliche Spiele gespielt. Ich bin jetzt übersättigt. Das war ich damals natürlich nicht. Und ja, ich hätte dann gerne etwas mehr Spieltiefe auch in, ja, in meiner Simulation. Von daher war das ganz nett für eine Runde zwischendurch. Aber mich hat es jetzt nicht gleich reingesogen, sagen wir mal so. Witzig, bei mir ist es nämlich genau umgekehrt. Also, ich finde das Spiel sehr faszinierend. Dieses Heranpirschen, der erfolgreiche Abschuss, wenn man nah genug an die Schiffe gekommen ist und dann am Ende vielleicht sogar den Zerstörern entkommen ist. Das finde ich wirklich toll. Ich weiß nicht, es drückt die richtigen Knöpfe bei mir. Ich finde es total spannend und faszinierend. Und ich finde es auch super, dass das Spiel im Prinzip nur diese Grundmechaniken hat, also die Basics. Denn ich habe das Gefühl, dass bei den heutigen U-Boot-Spielen und die U-Boot-Spiele, die danach kamen, so viele Funktionen und Features dabei sind, dass es wirklich A, schwer ist zu erlernen und dass es am Anfang auch total verwirrt. Und das ist hier erfrischend anders. Hier steht wirklich der absolute Spielspaß im Vordergrund und nicht die Simulation des U-Bootes. Und vielleicht ist das der Grund, warum mir dieses Spiel so viel Spaß macht. Das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Also mir macht das Heranpirschen auch am meisten Spaß. Dieses Torpedoschießen und so, das brauche ich nicht. Aber ich hätte da gerne noch mehr. Und dann liegt natürlich Red Storm Rising irgendwie gleich nah mit anderen Waffensystemen und viel mehr U-Booten und Technik. Das, ja, das liegt mir dann mehr. Aber ich gebe dir recht, da muss man sich natürlich dann auch erstmal reinarbeiten, um das Spiel zu verstehen. Weil ansonsten wird man natürlich ruckzuck versenkt. Das macht keinen Spaß. Und ich glaube tatsächlich, dass ich noch in meiner Freizeit, also neben dem Pretty Old Pixel, die Amiga-Version jetzt doch nochmal ein bisschen spielen werde. Also ich habe mir gerade überlegt, den auf den Surface zu laden und dann ist das, glaube ich, genau das richtige Spiel auf dem Sofa, wenn im Fernsehen irgendwas langweiliges ist, einfach mal eine Kriegspatrouille mal zu fahren und zu gucken. Ja. Ich glaube, das würde tatsächlich Spaß machen. Ich werde es heute Abend ausprobieren. Ja, viel Spaß. Dankeschön. Also, meine lieben Zuschauer, ihr seht schon, eine Begeisterung bei uns. Jetzt stellen wir uns die Frage, gab es denn diese Begeisterung auch in der Presse? Und da haben wir zwei rausgesucht. Selma, magst du anfangen? Ja, ich habe mir, weil wir ja im Blätterabend jetzt öfter von der ASM geredet haben, die ASM 586 rausgesucht und die haben sich die C64-Version angeschaut, die übrigens hier von US Gold vertrieben wurde. Interessant. Ja, okay. Und die finden das auch sehr interessant. Das ist halt eine Nische der Simulationen abdeckt, die noch nicht so stark besetzt ist. Angeblich noch gar nicht besetzt, aber wir hatten ja über Gato und die anderen gesprochen. Also, ja. Sagt auch, dass es halt interessant ist, dass es sehr detailliert ist. Die 3D-Grafik und so gefällt denen gut. Beschreiben das auch mit den Stationen sehr positiv. Aber wie das halt so gerade in der ASM haben wir ja festgestellt, so ist, gibt es natürlich keine Spielbewertung. Weil, ja, ich lese das mal vor. Bei der Bewertung des Programmes beschränke ich mich aus oben genannten Gründen und oben genannten, ja, dass man in diesem Programm halt den Schrecken des Kriegs nicht darstellt und dass es gewaltverherrlichend ist und, ja. Und sie möchten halt, dass aus den oben genannten Gründen nur Grafik und Handhabung, Technik und Strategiewert möchten sie dem Leser selbst beurteilen lassen. Und, ja, Grafik 8, Handhabung 8 und Spielwert muss halt jeder selber sehen. Da war man dann recht einfach unterwegs, finde ich. Ich glaube, man hat es sich zu einfach gemacht. Auf warst du eine Bewertung denn jetzt gekommen? Generell dann? Ja, gar keine. Gar keine? Okay. Nee. Die Spielbewertung wird dann jedem selber überlassen. Okay, gut. Aber sie möchten gerne, dass du zum Tronic Verlag, ASM Redaktion, Postfach 870 in 3440 Eschwege schreibst, ob du es gut findest, wenn die überhaupt Kriegsspiele testen. Dann lass uns doch mal in irgendeiner der Replays mal schauen, was denn im September, August 86 für Leserpost diesbezüglich reingekommen ist. Das ist eine gute Idee, ja. Nehmen wir mal mit auf die Liste. Ich habe mir die Happy Computer rausgesucht. Wie ihr wisst, bin ich ja ein Fanboy von Heinrich Lehnhardt. Das Spiel ist recht gut bewertet worden, erstaunlich gut, weil normalerweise die Happy Computer bei Kriegsspielen auch, ja, eigentlich eine schlechte Bewertung vorgenommen hat. Aber die Happy Computer kommt auf 83 von 100. Und ich lese mal zwei Passagen vor, die man, glaube ich, wirklich repräsentativ hier aus dem Artikel rausnehmen kann. Legen Sie jetzt bitte Ihren Schnorchel an, denn wir begeben uns in unruhige Gewässer. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs zwischen 1942 und 1945 waren sich die USA und Japan bekannt die Spinnefeind. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, in einem Spiel für die Amerikaner Partei zu ergreifen, können Sie mit der U-Boot-Simulation Silent Service ins Geschehen eingreifen. Sie befehligen hier ein Unterseeboot, das im Pazifischen Ozean auf Feinfahrt geht. Silent Service ist mal wieder eines von den Spielen, das durch die ausgesprochen kriegerische Handlung unangenehm auffällt. Spielerisch gehört das Programm aber zur besonders fesselnden Sorte. Die Komplexität und Realität der Simulation können sich sehen lassen. Die Grafik ist gut, Soundeffekte werden spärlich, aber effektvoll eingesetzt. Unter Wasser ist akustisch nun mal nicht allzu viel los. Das ist ja gelogen. Und da sieht man wirklich diese Balance. Wir reden hier über 86 Friedensmärsche, Stationierung von Kurzstrecken Atomwaffen auf deutschem Boden, zumindest war das mal geplant mit den Pershing-Raketen. Also diese Grundstimmung in der Bevölkerung, wir wollen mit dem Krieg eigentlich nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite die Faszination der Technik, dass sowas auf dem Computer möglich ist, was dann auch dazu geführt hat, dass es hier dann wirklich auch wirklich diese 83er-Wertung gibt. Und ich finde das auch gerechtfertigt, kritische Töne anzuschlagen. Es ist ein Kriegsspiel, ja, es sterben auch Menschen in dem Spiel, die man nicht sieht, aber natürlich, wenn man ein Schiff versenkt, sterben Menschen. Das darf man nicht wegdiskutieren. Aber auf der anderen Seite macht die Spielmechanik sehr viel Spaß und einfach diese Atmosphäre mal anzuschnuppern, wie es möglicherweise gewesen sein könnte damals, das ist schon sehr faszinierend für jemanden, der sich für Geschichte interessiert. Und deshalb bin ich auch immer hin und her gerissen bei solchen Produkten. Was ich aber schon mache, Selma, das kann ich dir ehrlich auch gestehen, bei Spielen, wenn es geht, schalte ich die Bluteffekte ab. Also ich spiele gerade Ghost of Tsushima, da habe ich auch alles, was mit Blut und Ähnliches hat, ausgeschaltet, auch bei den Assassin's Creed, weil ich brauche das nicht, um Spaß mit dem Spiel zu haben. Mir reicht es schon, dass ich die Mongolen am Boden in Todesstoß versetze, das finde ich schon grenzwertig, aber mehr will ich nicht. Und trotzdem habe ich Spielspaß. Das funktioniert. Ja. Also ich muss mich nicht festlegen. Nee. Dann bin ich so ambivalent wie Heinrich Lehnhardt 1986. Sehr gut. So, wann hast du es gespielt? 86, ja? Das ist vor wie vielen Jahren gewesen? Zu lange. 25? Oh Gott. Viel zu lange. Nee, ich weiß nicht, ob ich es länger habe. Vielleicht habe ich auch 87 gespielt, 86, 87, ich weiß es nicht, irgendwie so um den Dreh. Und ja, die Kindheitserinnerungen, also die sind wirklich sehr, sehr schwach. Also ich kann mich, ja, kann mich noch daran erinnern, aber hättest du mir jetzt gesagt, das ist ein ganz anderes Spiel, ich hätte das nie gespielt. Ich habe mit einem Freund nochmal drüber geredet und wir haben das gespielt, deswegen weiß ich, dass ich es gespielt habe. und ich konnte mich auch an den Namen gut erinnern, also ich habe das wirklich gespielt. Aber hättest du mir gesagt, das war ein anderes Spiel, hätte ich es auch geglaubt. So durcheinander sind dann schon manchmal die Erinnerungen da. Aber so kann ich jetzt nicht sagen, dass das wirklich Stand gehalten hat oder nicht. So tief waren die Erinnerungen nicht mehr. Bei mir war es so ein Gefühl Coming Home. Also das fing an und ich wusste sofort, wo ich bin und was ich machen muss. Hast du es denn mal wieder gespielt? Nein, nein. Vor dem Replay? Ah, sehr interessant. Nein, nein. Sondern zum ersten Mal beim Replay wieder. Und da war wirklich so ein Gefühl der Vertrautheit. Seit 35 Jahren? Ja, das ist echt interessant. Da sieht man einfach, wie prägend die Sachen waren, die man am Anfang gespielt hat. Und ich glaube, dass in jedem Genre so ein Spiel existiert. Also wenn ich jetzt ein Autorennen spiele, Refs spielen würde, würde ich das gleiche Gefühl haben würde. Ja, wahrscheinlich. Und ich bei Buggy Boy. Also da ist das Gehirn wirklich trainiert. Genau. Genau, Buggy Boy. Sehr schön. Und das Spiel ist auch super gealtert. Ich glaube, einfach, weil die Steuerung wirklich auch gut ist und weil es einfach funktioniert vom Spielprinzip. Und da sieht man wieder die Genialität von Sid Meier, dass es ihm wirklich gelungen ist, Spiele zu schaffen, die auch 35 Jahre danach Spaß machen. Das kann man von vielen Spielen nicht behaupten, aber von dem Spiel kann man es behaupten. Und deshalb bin ich immer noch begeistert von dem Spiel. Verstehe ich. Und wer sollte es denn noch heute spielen, Selma? Würdest du es jemandem empfehlen? Ja, ich glaube, es ist eine ganz gute Anfangs-U-Boot-Simulation, weil sie halt nicht so komplex ist, aber man sich doch so hineinfrickeln kann, sage ich mal, und austüfteln kann und optimieren kann. Da ist Potenzial da, aber es ist halt einfach zu verstehen, einfach zu spielen. Man hat schnell Erfolg oder Misserfolg. Und wenn man den Misserfolg hat, weiß man meist auch, warum man ihn hatte, das finde ich ziemlich gut. Also für jemanden, der vielleicht mit so einer, dem eine Flugsimulation zu schnell ist, für den wäre sowas, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Und vielleicht nicht mit der DOS-Version anfangen, das ist vielleicht, vielleicht auch mit der Spektrum-Version oder nicht, aber ich, ja, die Amiga-Version oder ich glaube auch die C64-Version sind ja ganz gute Einstiege. Da kann ich eigentlich gar nichts mehr ergänzen, sehe ich genauso, Selma. Man braucht halt Geduld bei dem Spiel und man sieht auch bei den Replays, ich bin hauptsächlich deshalb immer gestorben und versenkt worden, weil ich zu ungeduldig war und zu schnell agieren wollte. Und das rächt sich bei dem Spiel. Also es ist ein Spiel für Leute, die Geduld haben. Ja. Und die werden dann besonders erfolgreich sein. Ja. Wie im richtigen Leben. Wie im richtigen Leben. Selma, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Dann belassen wir es jetzt auch hier. Meine Damen, meine Herren, wir dürfen uns recht herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch alles Gute und vor allem Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten, die wir leider momentan haben und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet bei den Pretty Out Pixel. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.